Okay, dann fahren wir mal zum Waypoint. Gas, Overlook und Camping. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Fangen wir hier mal ein bisschen Offroad. Da wurde schon geklaut. Okay, Verschrotter. Das hat ein bisschen was vom Horror gegeben, die Geräuschkulisse. So. Okay, dann fehlt uns noch zwei Plastik. Warte mal eben. Ich muss mal die Heizung anwachen. Langsam wird das hier irgendwie kalt in der Bubble. So. Heizung ist an. Okay, geplündert, geplündert. Alles geplündert. Den hier kriegen wir vor, Ben. Okay. Hier sieht es auch gut aus. Dann können wir raus. Fahren wir da als nächstes hin. Und hier können wir mal eben parken. Und durchsuchen mal eben die... Genau. Aha, guck mal. Da haben wir ein bisschen Plastik dazu bekommen. Oh, krass. Okay. Okay. Was wollten wir eigentlich herstellen? Und war das der Verschrotter, ne? Ja. So. Oh. Okay, also brauchen wir jetzt noch ein bisschen mehr. Und hier, guck mal. Materialquellen nimmt er den Rucksack und das Auto. Das passt da. Okay. Bin nicht weit gekommen. Okay. Und hier, guck mal. bisschen plastik stoff fetzen aber ordentlich noch mehr plastik fehlt uns glaube ich noch einmal plastik hier haben wir einmal plastik das heißt funktioniert das will wir uns eine primitive so sehe ich wo guck mal hier fünf das heißt unsere rückseite ist dann so und ich wollte mal eben gucken nach einem abdicht kit ja herstellen so das heißt das können wir hier mal eben kurz nehmen damit ist unsere tür abgedichtet ok vielleicht sollte ich mir eben noch ein brecheisen bauen kann ich denn eins ja danke fürs folgenden schalz mit nein so ok so ich glaube ich habe schon wieder zu nah dran geparkt mhm alle da Ich habe ihre Anzahl an deinem Map gesammelt. Schau mal eine Antenne-Tower auf einem Helle irgendwo. Ah, da hinten. Okay, wollen wir uns noch... Da waren wir eben gerade. Ich putze das doch mal. Pure sieht auch noch gut aus. Okay, oder wir fahren hier eben weiter und gucken einfach mal... Was ist denn Vorstellungsrunde? Oh, das ist es. Mein, mein. Wo sind unsere Manners? Uh, Driver. Wir haben uns niemals in der Zeit. Nicht wirklich. Tobias Barlow, Former Ardum Maintenance Manager. Oh, und hier mit mir ist Dr. Francis Cook. Ich war ein R.D. Scientist, researching LEM Technologie hier in der Zone. Wir leben direkt in der Mid Zone. Just a hop, skippin' a jump over another big ol' wall from where you're at. Oh, und... und das Obed over da? Das ist Dr. Ophelia Turner, Former Director of Research and Development herself. The Mother of LEM Technologie. The Maven of Electromagnetism. Das ist genug. Okay, Tankstelle. So... Oh. Oh, toll. Damit ist der Hammer kaputt. Heilen wir uns eben. Okay. Oh, Rucksack. Plastik. Nice. Zahnräder, das ist auch cool. Mehr gibt es hier nicht, ne? Nö. Vielleicht sollte ich noch irgendeinen, gucken ob ich einen Hammer bauen kann. Ja, ich glaube ich brauche eben noch einen Hammer. Ah, mir fehlt ein Zahnrad, okay. Oh, cool. Da wird das direkt angeheftet. Nice. Okay. Okay. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, damit ich hier nicht einfach weggeröstet werde. So, wir haben ein bisschen Plasma bekommen und Zeile. Oh, Gott. Das ist eine Mischung aus Horror und Silent Hill und... Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, ein süßer Smiley. Du bist entLY pour be"; Hallo,uc'. Da wird die denrísten Kisti Bulma ausdrehen. Nein. Hi. Wir wollen nicht tun. Wenn du ein bisschen für pequeño Satz Len attending, Okay, hier Strahlung und ich verliere langsam an Gesundheit. Oh ja. Okay, dann ab zum Auto. Guck ich hier nochmal. Das sieht auch irgendwie nicht gesund hier aus. Okay, oh. Oh. Da ist noch ein Pkw. Gucken wir da mal in den Kofferraum rein und Oh, Stahl. Oh. Okay. 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 Was können wir denn noch bauen? Ah, wir brauchen, okay. Oh, oh Gott. Okay, hier war überall Radioaktivität, also fahren wir mal hier hin. Okay, die zwei Autos könnten wir eigentlich auch noch plündern. Das hier noch. Den hier, quietsche Entchen, kann man mal so bauen. Ja. Ja. Also bis jetzt ist das echt cool. Auf geht's. Mit Radio. So. So. Kann ich mit dem hier irgendwas machen? Nee, aber mit dem hier. Kann ich hier rein? Oh, ja. Okay, da ist aber nix. Ja, glaube ich auch. Ich wollte jetzt hier, ähm, guck mal eben hier hin fahren und dann zurück und dann da rein. So. Oh. 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 Okay, das war es auch schon. Toll. Hmm. Oops. 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 So, dann jetzt Versuch Nummer 2. Vielleicht muss ich auf die Türme achten. So. Hier sollte ich hochfahren. Okay. Was? Fahren wir hier einfach hoch? Oder? Nee. Wir fahren ein Stück zurück und fahren dann ordentlich. Oh. Oh. Was ist das? Äh. Oh. Das war ein wenig Strahlung. Oh. Wir tragen selbst die Strahlung. Okay. Moment. Äh. Momento. Ey. Okay. Den können wir noch nicht einpacken, leider. Jetzt sind wir wieder. Okay. Oh. Ich hab das Radio angelassen. Ich hab das Radio angelassen. Guck mal, dass es noch mehr Oh, 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 sorry Get him fixed Okay, auf geht's in die Unendlichkeit Okay, hier sind wir glaube ich richtig Mit der Radiostation Ihm mal fix Okay, also Plündern, plündern Und von sind da Oh Okay, also Das Teil, was wir eben gerade In der Hand hatten Und durch die Gegend getragen haben Das Können wir Unserem Aktivize Füttern Hätten wir auch mal vorher wissen können Okay, also Und von sind da Fahren wir mal eben wieder den Hügel runter Und sammeln die Die Anker ein Für das Arc-Device Hey, Arpy Look, I keep thinking The way you're helping our friend here right now Seems positively helpful I Seems like me You're looking to turn a new leaf or something? The only thing I want to look at Is a twelve-year-old whiskey And the back of this breacher's head when I send them packing But isn't it worth taking a detour to run just a tiny little test? Can't think of a worse way to spend my time Please I've seen you manipulate waveforms with your right hand And knock back a double with your left Or am I to understand you've lost your touch? What I'm understanding is that you won't shut the hell up until I test this remnant Yep Fine, stop crowding my frequency What? Wait, really? Arpy, darling You never give in this easily What's going on? Francis? Um, yes? How have you not thrown him to the bunnies by now? Eighty years old and only getting sharper by the day You're a legend To the role model I'm giving you ten seconds to get out of my Okay, okay, we're signing off Hey driver, good luck out there Watch out for the bunnies Hey R.A. 2Z Okay Also, wir öffnen die Falsche Tür Wir öffnen die Tür Nehmen das in die Hand Und setzen das hier ein The arc device is charged and ready You'll use it to open a gateway back to the garage But it will immediately collapse the stability around you So only activate when you are absolutely ready to leave You do not want to get caught in the storm that follows Okay, hier soll noch einer sein Okay, da will ich nochmal eben gucken Und ich will einmal gucken, was passiert, wenn wir die Leute hier anfahren An diesem Oh Gott Da hat meine Tür einen Schaden genommen Ah, okay Those anchors may look like glowing balls of magic But it's Limtec through and through Don't be scared Haven't exploded in anyone's face Recently Okay Ich glaube, ich soll mich einmal ein bisschen heilen Hilfe Und ich muss dich Untertitelung des ZDF, 2020